Ciao ragazzi, liebe Tremarella-Freunde und Forellenangler aus Europa. Ja, ich bin mal wieder da, wieder mal mit einer kleinen Videobotschaft an euch. In der Kombination unserer Transformer Anniversario 10 Tremarella-Route ist es so, dass ich natürlich auch die Concept B, unsere limitierte Millennium-Serie der 10-jährigen Geschichte der Traut Serie A euch vorstellen möchte mit der Transform-Line in Red. Diese Kombi im Augenspiel, ein Traum. Die Concept B generell kennt ihr ja alle, da gibt es nichts zu zu sagen. Viele Rollenhersteller, Renommierte mussten da sehr viel Federn lassen, weil wir jetzt da sind. Und wir bleiben da, weil lieber ein bisschen schwerer und hält länger als zu leicht und die Feder ist schnell, lala. Ja, wir haben natürlich diese neue mit Deutschland Flagge, erste Route eigentlich mit Deutschland Flagge in Forellenangeln. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Gibt es natürlich auch ein Top-Futteral dazu. Futteral für die fünf Modelle, diesmal bestickt. Ist ein Softcase-Futteral mit Fishing Tackle Max natürlich als unsere Schmiede. TFT-Logo drauf, die Längen, Gewichtsklassen, Wurfklassen, alles mit drauf. Und ja, ich hoffe, ihr könnt noch was ergattern im Handel von der Route. Und die Rollen neigen sich auch so langsam an den Ende. Ich wünsche euch weiter viel Spaß am Wasser. Wir sehen uns. Bis dann, euer Lars Lindemann. Ciao ragazzi! Ciao! 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 Ciao!